Liebe Freunde, wir befinden uns aktuell in einer völlig außergewöhnlichen Zeit, die vermutlich noch nie jemand so erlebt hat. Und ich glaube, wir hätten uns in unsere kultische Träume niemals vorstellen können, was wir gerade alle so erleben. Ein Virus hat das Land bzw. die komplette Welt mittlerweile fest in der Hand. Wir haben staatliche Vorschriften, die ultra krass sind und unvorstellbar sind. Und diese außergewöhnliche Zeit erfordert auch irgendwie außergewöhnliche Maßnahmen. Und das Ganze nicht nur im Bereich der Gesundheitspolitik, sondern auch irgendwie im Bereich der Kultur und vor allem im Bereich der Musik. Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, von zu Hause aus, versteht sich, das wir recht cool fanden. Und wir haben heute die Idee, dass wir unser Phasensong Änder für All etwas umtexte und der aktuellen Zeit ein bisschen anpassen. Und haben ganz viele Menschen mit ins Boot genommen und haben kurzfristig WhatsApp-Aufruf gestartet, wer Bock Teil eines Musikvideos zu sein, das jeder zu Hause selbst drehen kann. Wir sind überhäuft worden mit Videos. Es ist ein total cooles Ergebnis worden. Der Mario hat Tage und Nächte daran herumgeschnitten, um etwas richtig Krasses euch zu präsentieren, was auch im Anschluss an dieses Video geschieht. Nichtsdestotrotz war es uns ganz wichtiges Anliegen, dass wir noch mal persönliche Botschaft vorher rausschicken. Das Video und der Song soll einfach ein bisschen Kraft geben, diese Zeit zu überstehen, soll Mut machen, durchzuhallen und soll euch noch mal all daran erinnern, dass wir momentan so verdammt einfach zum Held gehen können, indem wir einfach zu Hause bleiben. Genießen die Zeit mit eurer Familie, mit eurer Liebste. Machen das, was schon Monate und von mir aus jahrelang Liege blieb, es machen eure Gärte schön. Und wir haben alle garantiert zu Hause genug zu tun und uns wird nicht langweilig, im Gegenteil. Und wenn wir alle feststrangen klagen und alle am selben Strang ziehen, dann ist das hier alles garantiert verdammt schnell vorbei. Und klagen uns, es vermisst keiner mehr die ganze Veranstaltung, die Bühne, das Beisammensein, das Zusammenanstoße, das in der Arm nehme, als mir. Wir können aktuell nicht proben, ach mir hocken zu Hause, wir wollen vorbildlich sein, wir wollen vorangehen, wir wollen so schnell wie es geht durch diese Krise durch. Von daher, Hallen zusammen ziehen an einem Strang und es gibt eigentlich nicht mehr zu sagen, als alle für einer und einer für all. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video und bleiben verdammt nochmal gesund. Ich bin aufgewacht und gucke dann herunter auf die Straße. Kenna ist draußen, Geschäft ist im Geschloss. Wenn man das am Feire, doch wird's mal wieder klar. Corona überall und jetzt ist alles, jetzt schmo abgesagt. Ab auf die Couch, wir bleiben lieber Mordehem, um uns bald an, wie das ist sieh'n. Alle für immer und immer für all. Wir stehen zusammen, das ist ne klarer Fall. La 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 und stellen kann, dass sie am meisten ahnen. Kommt eh dich um und gucke stieg zur Slide. Mit Unternacht zerfleische in dieser wirklich schweren Zeit. Seien Menschen und helfen alle gar nur dein Zimmerstein. Alle für Ena und Ena für all. Wir stehen zusammen, das ist ein klarer Fall. Alle für Ena und Ena für all. Wir stehen zusammen, das ist ein klarer Fall. Komm, mach mit, komm, komm sing dieses Lied. Komm, mach mit, dann bist du nie allein. Komm, mach mit, komm, komm sing dieses Lied. Dann bist du nie allein. Alle für Ena und Ena für all. Wir stehen zusammen, das ist ein klarer Fall. Alle für Ena und Ena für all. Wir stehen zusammen, das ist ein klarer Fall. Alle für Ena und Ena für all. Wir stehen zusammen, das ist ein klarer Fall. La, 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 la. Die, 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 die